Habt ihr eine Vorstellung davon, wie sich euer Leben ändern würde, wenn ihr einen Gang herunterschalten und anfangen würdet, die Dinge um euch herum zu genießen? Danke, dass ihr heute bei Das Leben genießen dabei seid. Genau das ist auch mein Thema. Nehmt euch die Zeit, euer Leben zu genießen. Lebt ihr nur so vor euch hin? Versucht ihr, einen Tag nach dem anderen zu überstehen und geht zur Arbeit, verdient Geld, bezahlt eure Rechnungen und bla 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 bla? Was würdet ihr sagen, wenn ich euch frage, genießt ihr euer Leben auch? Vielleicht würde eure Antwort lauten, nein, nicht wirklich, ich schlage mich nur so durch. Gott möchte aber, dass ihr euer Leben genießt. Einer der Gründe, warum wir unsere Sendung Das Leben genießen genannt haben, ist, weil ich so lange gebraucht habe, das zu lernen. Ich war erstaunt, als ich entdeckte, wie oft Jesus in der Bibel sagt, dass wir unser Leben, für das er gestorben ist, genießen sollen. Johannes 10, Vers 10 ist ein wunderbarer Vers in der Amplified Bibel. Da heißt es, ein Dieb kommt nur, um zu töten, zu stehlen und zu zerstören. Der Teufel will euch unglücklich machen und euch alles wegnehmen, was Gott euch geben will. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und es genießt und es im Überfluss habt, in aller Fülle, bis es überfließt. Ein Dieb kommt nur, um zu töten, zu stehlen und zu zerstören. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und es genießt und es im Überfluss habt, in aller Fülle, bis es überfließt. In Johannes 16, Vers 24 steht, bittet in meinem Namen, und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein. Jesus spricht hier über das Gebet. Er trägt uns auf zu beten, weil wir nicht versuchen sollen, die Dinge selbst ins Rollen zu bringen. Macht euch keine Sorgen, sondern betet, bittet und dann empfangt. Lasst Gott sich um eure Probleme kümmern, damit eure Freude vollkommen wird. Deshalb sage ich euch heute, nehmt euch Zeit, euer Leben zu genießen. Zieht das Leben einfach an euch vorbei? Wisst ihr, das Leben geht wirklich schnell vorbei. Selbst wenn ihr 100 Jahre alt werden würdet, geht es schnell vorbei. Wir alle haben nur ein Leben, und ich möchte verhindern, dass auch nur einer von euch am Ende seines Lebens nichts als Bedauern verspürt. Die Arbeit genießt überall einen hohen Stellenwert. Die meisten Menschen arbeiten wahrscheinlich viel zu viel und nehmen sich nicht genug Zeit, um die Früchte ihrer Arbeit zu genießen. Lebt bewusst, denn die Tage sind kurz. Epheser 5, Verse 15 bis 17. Achtet sorgfältig darauf, wie ihr lebt. Handelt nicht unklug, sondern bemüht euch, weise zu sein. Nutzt jede Gelegenheit, in diesen üblen Zeiten Gutes zu tun. Die Worte, nutzt jede Gelegenheit, könnten sich auf alles Mögliche beziehen, aber wir wenden sie heute auf mein Thema an und sagen, nutzt jede Gelegenheit, um zu lachen. Nutzt jede Gelegenheit, eure Kinder zu genießen. Nutzt jede Gelegenheit, die Dinge zu genießen, die Gott euch geschenkt hat. Handelt nicht gedankenlos, sondern versucht zu begreifen, was der Herr von euch will. Ich habe ein schönes Haus. Es gefällt mir, wie es eingerichtet ist. Hin und wieder, wahrscheinlich tue ich das nicht oft genug, aber hin und wieder setze ich mich einfach hin, schaue mich um und genieße für einen Moment mein Haus. Manche Menschen investieren unendlich viel Zeit und Geld, um ihr Haus einzurichten, doch achten nie wirklich auf die Dinge, für die sie so hart gearbeitet haben. Ich glaube, das wird heute einigen von euch helfen. Ihr eilt hier hin und dort hin und versucht, eure Aufgaben zu erledigen und Geld zu verdienen. Ihr seid immer nur beschäftigt. Wenn man Menschen fragt, wie es ihnen geht, bekommt man oft zu hören, ich habe viel um die Ohren. Ich denke, wir sollten mehr sagen können als, ich habe viel um die Ohren. Gott hat uns nicht dazu bestimmt, ständig beschäftigt zu sein. Er möchte, dass wir Frucht bringen. Im Psalm 90 steht, lehre uns, unsere Zeit zu nutzen, damit wir weise werden. Was bedeutet das? Denkt einmal darüber nach, wie viele Tage ihr wohl noch habt. Niemand von uns weiß, wann Jesus wiederkommt oder wann wir die Erde verlassen und zu ihm gehen werden. Vor ein paar Jahren fiel mir auf, dass ich den größten Teil meines Lebens bereits gelebt habe. Ich bin auf der Zielgeraden und ich möchte mein Leben genießen. Ich werde nicht aufhören zu arbeiten, weil ich nicht glaube, dass man die Bestimmung seines Lebens einfach an den Nagel hängt. Gott hat mir aufgetragen, das zu tun, was ich hier tue, aber ich will genießen, was ich tue. Ich will es nicht nur tun, ich will es genießen. Wenn ihr eure Arbeitsstelle hasst und nicht genießt, was ihr tut, möchte ich euch ermutigen, euch etwas zu suchen, das euch gefällt. Vielleicht könnt ihr euren Job nicht einfach aufgeben, aber ihr könnt anfangen zu beten und Gott fragen, was er für euch geplant hat. Ihr könnt anfangen, dafür zu beten, dass ihr etwas findet, das euch erfüllt und zufriedenstellt. Psalm 90, Vers 12. Lehre uns, unsere Zeit zu nutzen, damit wir weise werden. Hilf uns zu erkennen, wie kurz das Leben ist und wie schnell die Tage vergehen. Je älter man wird, desto mehr wird das zur Realität. Je beschäftigter wir sind, desto schneller geht das Leben vorbei. Und die meisten von uns sind heutzutage sehr beschäftigt. Habt ihr das Gefühl, für all das, was ihr tun wollt, nicht genug Zeit zu haben? Seid ihr ständig beschäftigt, ohne zu wissen, was ihr eigentlich erreicht? Ich glaube, so geht es vielen Menschen. Sie sind beschäftigt, aber sie wissen nicht einmal, womit. Das liegt daran, dass wir unser Leben nicht langsam genug angehen, um zu begreifen, was wir tun. Wir müssen lernen, eine Sache nach der anderen zu tun. Wir müssen lernen, uns auf Dinge zu konzentrieren und sie bewusst zu tun. Mit anderen Worten, seid wirklich präsent bei dem, was ihr tut. Tatsächlich ist es ein Zeichen von Ängstlichkeit, wenn wir unsere Zeit damit verbringen, herauszufinden, was wir als Nächstes oder was wir morgen tun sollen. Ich habe in letzter Zeit versucht, mein Leben einen Tag nach dem anderen zu leben. Gott hat die Erde erschaffen. In 1. Mose Kapitel 1 wird die Schöpfungsgeschichte erzählt. Gott hat die Erde in sechs Tagen erschaffen und am siebten Tag ruhte er sich aus. Aber wir wissen, dass Gott die Erde auch an einem einzigen Tag oder in einer Stunde hätte erschaffen können. Warum nahm er sich dafür sechs Tage Zeit? Nun, das ist meine persönliche Überzeugung, aber ich glaube, er nahm sich die Zeit, damit er sich an dem, was er geschaffen hatte, erfreuen konnte. In 1. Mose Kapitel 1 lesen wir, dass Gott alles, was er erschaffen hatte, ansah und sagte, das ist gut. Wow, das begeistert mich. Das ist gut. Vielleicht sollten wir am Ende eines jeden Tages darüber nachdenken, was wir alles getan haben und sagen, wow, das war gut. Oder, das war nicht gut, das werde ich nicht wieder machen. Gott möchte, dass wir seinem Beispiel folgen. Lasst uns für einen Moment über das Essen nachdenken. Wenn ihr euer Essen nicht kaut und euch nicht die Zeit nehmt, den Geschmack zu genießen, wollt ihr zwar trotzdem noch mehr essen, aber ihr habt keine Ahnung, was ihr esst. Wir sollten unser Essen genießen und es nicht nur herunterschlucken. Ich glaube, eine gute Mahlzeit zu essen sollte uns ein gutes Gefühl verleihen. Wir verpassen etwas, wenn wir so schnell essen, dass wir es nicht einmal richtig bemerken. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Menschen zu viel essen. Sie nehmen sich nicht die Zeit, ihr Essen zu genießen. Deshalb ziehen sie auch keine emotionale Befriedigung daraus und wollen immer noch mehr. Eine Faustregel lautet, streitet nie mit jemandem, während ihr esst. Sprecht nicht über Dinge, die euch ärgern, während ihr esst. Stellt die Familienregel auf, beim Essen reden wir nur über gute und positive Dinge. Wir sprechen beim Essen viel über unsere Arbeit, aber ich wäre froh, wenn wir damit aufhören könnten. Wenn wir geschäftliche Dinge besprechen müssen, können wir das vor oder nach dem Essen tun. Aber wenn ich esse, möchte ich es genießen. Richte deine Gedanken auf das, was du tust, heißt es in der Amplified Bibel in Prediger 5. Wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, das Leben zu genießen oder, wie ich es mir hier notiert habe, es uns auf der Zunge zergehen zu lassen, werden wir auch nicht den vollen Geschmack des Lebens genießen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus ständig von einem Ort zum anderen hetzte. Ich glaube von ganzem Herzen, dass er Freude an dem hatte, was er tat. Ich glaube, wenn wir uns nicht die Zeit nehmen, das Leben zu genießen, werden wir immer unzufrieden sein. Vielleicht habt ihr das Gefühl, dass das Leben an euch vorbeizieht, und ihr fühlt euch irgendwie betrogen. Ich habe zu Hause ein Buch mit dem Titel Der göttliche Rhythmus. Darin wird erklärt, dass es einen Rhythmus für das Leben gibt, und ich glaube, dass Jesus in diesem göttlichen Rhythmus lebte. Jesus erreichte in seinem dreijährigen Dienst hier auf der Erde sehr viel, aber er schien nie in Eile zu sein. Lasst uns lernen, nach Gottes Zeitplan zu leben und nicht so beschäftigt zu sein, dass wir unsere Sensibilität verlieren. Überall in eurem Umfeld gibt es Menschen, die auf irgendeine Weise leiden. Überall sind Menschen, die ein Wort der Ermutigung, ein Lächeln, eine Umarmung brauchen. Meistens sind wir jedoch so in Eile, dass wir die Menschen um uns herum nicht einmal wahrnehmen. Markus 10, Vers 46 So erreichten sie Jericho. Als Jesus und seine Jünger die Stadt wieder verließen, folgte ihnen eine große Menschenmenge. Ein blinder Bettler namens Bartimaeus, der Sohn des Timaeus, saß am Straßenrand, als Jesus vorüberging. Stellt euch das einmal vor. Wir erkennen Jesus' Sensibilität gegenüber leidenden Menschen, wenn wir uns ansehen, wie er mit dem blinden Bartimaeus umging. Er war sehr beschäftigt. Doch er nahm sich immer die Zeit, stehen zu bleiben und jemanden zu heilen, der litt. Wir achten oft auf die Schritte von Jesus, aber vielleicht sollten wir uns mal mit seinen Haltestellen beschäftigen. Er blieb für den blinden Bartimaeus stehen. Er hielt für den Aussätzigen an. Er hielt für die Frau mit dem Blutfluss an. Er blieb für den Hauptmann stehen, dessen Dienerkrank zu Hause lag. Er blieb für die Frau stehen, deren Sohn gestorben war. Er hatte nur drei Jahre, um das zu tun, wozu er gesandt worden war. Dennoch nahm er sich immer die Zeit, für leidende Menschen stehen zu bleiben. Würdet ihr euch ab jetzt bitte die Zeit nehmen, für leidende Menschen stehen zu bleiben? Jedes Mal, wenn Jesus einen dieser bedürftigen Menschen traf, war er auf dem Weg irgendwo hin. Er hatte etwas vor. Jemand wartete auf ihn. Dennoch nahm er sich die Zeit für das, was in dem Moment getan werden musste. Ein weiser Mann weiß sowohl, was zu tun ist, als auch, wann es zu tun ist. Prediger 8, Verse 5 und 6 Wer ihm gehorcht, dem geht es gut. Wer weise ist, weiß, welches Verhalten zu welcher Zeit richtig ist. Denn in jeder Situation gibt es die richtige Zeit für die richtige Entscheidung. Allerdings leidet der Mensch darunter. Es gibt für alles die richtige Zeit. Ich glaube, Jesus genoss alles, was er tat. Und ich glaube auch, dass er die Menschen genoss, mit denen er Zeit verbrachte. Ich kann mir gut vorstellen, wie Jesus mit seinen Jüngern lachte. Habt ihr heute schon gelacht? Manchmal denken wir, dass es angesichts der schlimmen Zustände in der Welt nicht viel zu lachen gibt. Aber ich glaube, wir sollten jede Gelegenheit, die es gibt, nutzen, um zu lachen. Freut ihr euch an den Menschen in eurem Leben? Die Bibel sagt, eine Frau soll sich an ihrem Mann erfreuen. Wenn ich das bei einer Konferenz sage, fangen die Frauen meistens an zu lachen. Gott will nicht, dass ihr nur verheiratet seid. Ihr sollt euren Mann auch genießen. Aber das gelingt euch nicht, wenn ihr immer nur auf das achtet, was bei ihm nicht in Ordnung ist. Denkt an die guten Dinge. Setzt euch hin und macht eine Liste all seiner positiven Eigenschaften. Ihr werdet feststellen, dass sie zahlreicher sind als die schlechten. Jesus ist gekommen, damit wir unser Leben genießen. Prediger 2, Verse 22 bis 24. Was hat der Mensch letztendlich von seiner schweren Arbeit und von all seinen Sorgen? Er müht sich ab. Das Buch Prediger wurde von König Salomo geschrieben. Wie wir darin lesen, versuchte dieser Mann alles, um Freude zu finden und glücklich zu sein. Er sagte, jeden Tag leidet er, seine Arbeit bringt ihm nur Ärger ein. Und selbst nachts findet er keine Ruhe mehr. Es ergibt keinen Sinn. Nun hört euch das an. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als sich an dem zu freuen, was er isst und trinkt, und das Leben trotz aller Mühe zu genießen. Doch ich erkannte, dass auch das ein Geschenk Gottes ist. Er sagte damit, eines der schönen Dinge im Leben ist, etwas Gutes zu trinken und eine gute Mahlzeit einzunehmen und sich die Zeit zu nehmen, das Leben, das Gott uns geschenkt hat, zu genießen. Habt ihr eine Vorstellung davon, wie sich euer Leben ändern würde, wenn ihr einen Gang herunterschalten und anfangen würdet, die Dinge um euch herum zu genießen? Genießt die Natur. Wenn ihr im Auto mit jemandem mitfahrt, genießt die Dinge, die an euch vorüberziehen. In Prediger 4, Verse 7 und 8 heißt es, ich sah noch ein weiteres Beispiel der Sinnlosigkeit auf der Welt. Ein Mann, der alleine lebt und weder Kind noch Bruder hat und auch keine Freunde oder Bekannte. Er arbeitet so viel er kann und will immer noch mehr haben. Hier ist ein Mann, der großen Reichtum angehäuft hat. Er hat wahrscheinlich hart gearbeitet, um ihn zu bekommen, aber er genießt ihn nicht. Also genießt, was ihr habt. Ja, wir sollten für die Zukunft vorsorgen. Aber genießt auch das, was ihr habt und nutzt einen Teil davon, um anderen Menschen Gutes zu tun und sie glücklich zu machen. Müsste er sich denn nicht fragen, für wen arbeite ich eigentlich? Warum gönne ich mir kein Vergnügen? Das gefällt mir. Ich verbote mir früher jedes Vergnügen. Ich glaubte, ich müsse immer arbeiten und produktiv sein. Aber dann lehrte Gott mich, dass es sein Wille für mich ist, mein Leben zu genießen. Aber das musste ich erst lernen und um ehrlich zu sein, brauche ich auch heute noch manchmal einen Auffrischungskurs. Wenn ihr also diesen Vortrag heute nicht braucht, ich brauche ihn und ich bin froh, dass ich ihn halte. Müsste er sich denn nicht fragen, für wen arbeite ich eigentlich? Warum gönne ich mir kein Vergnügen? Auch das ist sinnlos und eine Vergeudung von Zeit. Dieser Mann hatte sich keine Zeit genommen, Beziehungen aufzubauen. Seine Arbeit schien nie erledigt zu sein, ganz gleich, wie hart er arbeitete. Und obwohl er durch seine Arbeit zu Reichtum gekommen war, nahm er sich nicht die Zeit, ihn zu genießen. Er hörte nie auf, sich zu fragen, warum tue ich das überhaupt? Warum nehme ich mir nicht die Zeit, mein Leben zu genießen? Sein Leben zieht an ihm vorüber. Und am Ende wird er sich leer fühlen, weil er nie wirklich gelebt hat. Wow. Wir sollten uns an unserer Arbeit auch erfreuen. Prediger 5, Vers 17. Ich habe aber auch etwas Schönes und Gutes entdeckt, dass jemand isst, trinkt und Freude an seiner Arbeit hat, obwohl sie ihm so lange erlebt viel Mühe schafft, denn das ist seine Bestimmung. Ich sage es noch einmal, arbeitet nicht nur, sondern genießt eure Arbeit auch. In Johannes 17, Vers 13 mahnt Jesus uns erneut, dass wir unser Leben genießen sollen. Er sagt, Und jetzt komme ich zu dir. Ich sage diese Dinge, solange ich noch in der Welt bin, damit meine Freude in ihnen vollständig und perfekt wird. Damit meine Freude sie ganz erfüllt und mein Vergnügen in ihrer Seele vollkommen wird. Damit sie meine Freude in sich tragen und diese ihr Herz erfüllt. Wow. Jesus sagt, ich will, dass sie meine Freude haben. Ich will, dass sie bis zum Überfluss mit meiner Lebensfreude erfüllt sind. Ich spüre ganz stark, dass viele von euch, die jetzt zusehen, das wirklich brauchen. Ihr seid am Leben. Ihr atmet. Ihr steht auf. Geht zur Arbeit. Bezahlt eure Rechnungen. Zieht eure Kinder auf und geht wieder ins Bett. Aber ihr genießt euer Leben nicht. Hier sind einige Tipps, wie ihr das tun könnt. Erstens. Graut und fürchtet euch nicht vor Dingen. Das raubt euch nur eure Freude. Lasst nicht zu, dass ihr euch davor graut, euer Haus zu putzen oder in den Supermarkt zu gehen. Fürchtet euch nicht davor, euch auf eurem Arbeitsweg durch den Verkehr kämpfen zu müssen. Fürchtet euch nicht vor Auseinandersetzungen, die notwendig sind. Furcht und Grauen sind eng mit Angst verknüpft. Wenn euch vor etwas graut, werdet ihr der Kraft und der Gnade beraubt, das zu tun, was getan werden muss. Der Glaube stärkt uns, aber Furcht und Grauen rauben uns Energie. Lebt das Leben einen Tag nach dem anderen. Darüber haben wir schon gesprochen. Aber ich möchte euch erinnern. Einer der Schlüssel, um das Leben zu genießen, besteht darin, einen Tag nach dem anderen zu leben. Verbringt den heutigen Tag weder damit, euch Gedanken über die Fehler von gestern zu machen, noch damit, euch Sorgen über das Morgen zu machen. Wenn der morgige Tag kommt, wird Gott euch die Antworten geben, die ihr dann braucht. Handelt und lebt in dem göttlichen Rhythmus, von dem wir gesprochen haben. Lernt, ohne Eile zu leben. Lernt gegenüber den Bedürfnissen der Menschen um euch herum sensibel zu sein. Und versucht jeden Tag, jemandem zu helfen. Ich habe zu meiner Tochter gesagt, ich weiß noch nicht, was ich heute tun werde, aber was immer es ist, ich will es in Ruhe tun und meinen Tag genießen. Ein Hähnchen, das man in einem Schongarer zubereitet, wird sehr zart, saftig und schmackhaft. Aber wenn ihr versucht, es möglichst schnell durchzugaren, wird es wahrscheinlich zäh werden und nicht gut schmecken. Auch das Leben kann geschmacklos und zäh werden, wenn wir es in Eile angehen. Man kann innerlich wie äußerlich in Eile sein. Vielleicht geht ihr langsam spazieren, aber innerlich seid ihr in Eile, weil ihr nur darüber nachdenkt, was ihr alles noch tun müsst. Es gibt so viele ängstliche Menschen, die sich über alles mögliche Sorgen machen. Sie machen sich Sorgen darüber, was die Leute von ihnen denken und sorgen und sorgen und sorgen sich. Ich kann nicht behaupten, dass ich mir nie Sorgen mache, das kommt schon vor. Aber ich kann euch sagen, das nützt überhaupt nichts, absolut nichts. Nehmt das Leben und euch selbst nicht zu ernst. Damit will ich nicht sagen, dass ihr unüberlegt an Dinge herangehen sollt. Aber wenn ihr einen Fehler macht, müsst ihr euch nicht verurteilen und euch drei Tage lang schuldig fühlen. Ihr könnt Gott bitten, euch zu vergeben und dann weitermachen und euer Leben genießen. Lernt, über euch selbst zu lachen, wenn ihr etwas Dummes getan habt. Lernt, im Fluss zu sein und das Leben zu nehmen, wie es kommt. Mit dem Leben geht eine gewisse Ernsthaftigkeit einher. Wir sollten es vernünftig leben. Aber das bedeutet nicht, dass wir ständig so angespannt sein müssen, dass uns keine Zeit mehr bleibt, etwas zu genießen. Ich frage mich, ob das, was ich sage, jemandem weiterhilft. Als ich einmal beim Arzt war, sagte mir dieser, nachdem wir uns fünf Minuten lang unterhalten hatten, sie sind sehr angespannt. Das machte mich wütend. Ich wollte nicht hören, dass ich angespannt war. Ich wollte, dass er mir irgendeine Pille verschrieb, damit ich mich besser fühlen würde und mich dann wieder nach Hause schickte. Aber er sagte mir die Wahrheit. Ich war in allem sehr angespannt. Meine Reaktion auf seine Diagnose war Ärger, was mich noch angespannter werden ließ. Seid dankbar für alles, was ihr habt. Und verleiht eurer Dankbarkeit Ausdruck. In der Bibel steht, dank Gott und lobt seinen Namen. Dank Gott. Seht euch um und dank Gott für das, was ihr habt. Dank Gott für die Menschen in eurem Leben, die euch lieben. Es gibt Menschen, die niemanden haben, der sie liebt. Nun, Gott liebt sie. Das ist wichtig. Aber wenn ihr jemanden habt, der euch liebt, dank Gott dafür. Wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr zusammen essen könnt, dank Gott dafür. Manche Menschen müssen allein essen. Wir denken viel zu oft über das nach, was wir nicht haben, anstatt das zu schätzen, was wir haben. In 1. Thessalonicher 5, Vers 18 steht, was immer auch geschieht, seid dankbar, denn das ist Gottes Wille für euch, die ihr Christus Jesus gehört. Ich möchte, dass ihr heute eine Entscheidung trefft und annehmt, was ich euch gesagt habe. Ihr wollt wissen, was ich damit meine? Trefft die Entscheidung zu lernen, wie ihr euer Leben genießen könnt. Tut nicht einfach weiterhin das, was ihr schon immer getan habt, wenn es euch keine Freude bereitet hat. Wenn ich sage, dass ihr euer Leben genießen sollt, bedeutet das nicht, dass ihr ständig Urlaub machen könnt. Es bedeutet einfach, genießt, was ihr tut, ganz gleich, was es ist. Ich bete, dass ihr lernt, jeden einzelnen Tag eures Lebens zu genießen. In Jesu Namen. Amen. Danke. Ich hoffe, ihr seid auch bei der nächsten Sendung von Das Leben genießen wieder dabei. Als meine jüngste Tochter geboren wurde, war mein Mann so ärgerlich, dass er mir in den Bauch trat und so meine Frauenorgane verletzte. Wie Sie sicher wissen, gibt es viele Orte auf der Welt, wo allein die Tatsache, dass man ein Mädchen und kein Junge ist, das Leben sehr schwierig macht. Einer dieser Orte ist Indien. Die Mädchen, die Sie hinter mir sehen, leben in einem von Hand of Hope geförderten Kinderheim. Sie können so nicht nur in Sicherheit und einer liebevollen Umgebung leben, sondern erfahren auch, dass wichtig ist, was Gott über sie sagt. Nämlich, dass sie wertvoll und geliebt sind. Ich habe mir einmal gehört. Ich habe ihn mitbekommen. Vielleicht ist es mein Liebesgeschichte in der Kirche wie eine Ich habe ihn mitbekommen. Bis zum nächsten Mal.